Sonne und Liebe Leni Klum schmust im Urlaub mit ihrem Aris Für Leni Klum, 19, steht aktuell Sonne und ganz viel Liebe auf dem Programm. Seit inzwischen vier Jahren geht die Tochter von Heidi Klum, 50, mit ihrem Freund Aris Rachewski durchs Leben. Im Netz teilen das Model und sein Liebster regelmäßig ihr Glück mit ihren Fans. Bereits beim diesjährigen Coachella Festival hatten die Turteltauben ein hottest Pärchen abgegeben. Das ist im Urlaub nicht anders. Via Instagram teilt Leni nun einen niedlichen Schnappschuss mit ihrem Herzblatt. Darauf entspannen die zwei auf einem Boot und genießen die Zweisamkeit. Aris gibt der Beauty liebevoll einen Kuss auf den Kopf, während diese seine Hand festhält. Auch nach vier Jahren sind sie augenscheinlich immer noch sehr verliebt ineinander. Leni genießt aktuell eine Auszeit in der Sonne Monakos. Doch dabei ist sie nicht alleine. Auch ihr Vater Flavio Briatore, 73, ist mit von der Partie. Auf Social Media postete die 19-Jährige eine seltene Aufnahme mit ihrem Papa. 2003 waren der italienische Manager und Model Mama Heidi kurzzeitig zusammen gewesen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.sdf.com